Hallo liebe Laskler, da spricht der Ramzi. Ich bin vor sechs Jahren zum Verein gekommen, weil mir die Challenge einfach gereizt hat, meinen Teil dazu beizutragen, dass der Lask wieder dorthin kommt, wo er hingehört. Und ich glaube, das ist uns in den letzten sechs Jahren wirklich eindrucksvoll gelungen. Es war eine unglaubliche Reise mit vielen tollen Momenten, wo ich keinen davon missen möchte, auch nicht die negativen. Der Lask ist für mich einfach viel mehr geworden wie ein Arbeitgeber, wie ein Fußballverein. Er ist zu meiner zweiten Familie geworden, zu meiner Heimat. Also feiert die Mannschaft weiterhin an. Sie haben es verdient. Sie sind alle schwer in Ordnung. Sie reißen sich alle in den Arsch auf jeden Lask und man sieht sich bald mehr wieder. In diesem Sinne, arme Laskler, immer Laskler. Euer Ramzi. Ciao. Also, ich bin mit Laskolabisch. Sindf fleißig, also Knockolabisch. Nee? Applaus